Die Zeit ist 3 Freunde für die letzten Parts hier bei Yu-Gi-Oh! 5Ds, Master of the Cards und ich war offscreen sowas und fleissige, das klappt immer gar nicht. Tja, ähm, was also natürlich genau, das heisst, ich habe zum ersten Mal, also zum einen natürlich nicht zum ersten Mal, sondern zum einen geguckt, wegen, ja, wie wir halt weitermachen sollten, betreffend Nilfheimer. 1E, 2E, das Traurige daran ist, das gibt bis 20E, Leute, ganz ehrlich, und alles, voller Trendsender, nur Trendsender als Gegner, wenn er halt die Typen besiegt, dann gibt es zum Schluss halt noch ein paar Bonus und so, also sprich, ihr kriegt dann noch Charaktere, mit denen ihr dann im freien Duell und so catchen könnt. Und dann haben solche als der dritten und vierten Staffel von Yu-Gi-Oh! GX, äh, GX sag ich schon, 5Ds natürlich, sprich, solche, die es jetzt im Spiel hier noch gar nicht gibt, das erste, also das ist ja zweite Staffel hier, sprich, Finster auserwählt und so, und das andere kommt erst später noch. So, was könnten wir jetzt eigentlich noch tun, was ich vor allem noch machen will, als erstes natürlich, das erste Mal, beziehungsweise das Primärziel ist, gegen die finsteren Auserwählten anzutreten, ja, da habe ich bereits die Grundlage dafür geschafft, wie das genau ging, ihr seht, ihr habt 10.000 DP, hm, wir haben das gemacht und so, naja, also wenn ihr ganz schnell DP fahren wollt, empfehle ich euch folgende Strategie, okay, ähm, zwar Yggdrasil 3E und Bifrost 2E, wie das geht, ganz kurz, ich zeige es mal ganz schnell, ja, ist egal, ganz kurz rein, Ich habe es euch schon mal gezeigt, vor ein paar Parts, aber diesmal geht es noch ein bisschen schneller, und zwar, ihr wisst, ihr könnt das ja ein bisschen vorspielen und so, mit A einfach, also, was heisst ein bisschen vorspielen, das dauert dort zum Weilen, bla, bla, aber es geht auch schneller, Einfach B gedrückt halten und A drücken, Button smashen, immer natürlich, äh, A oder B gedrückt halten, den anderen Button jeweils drücken und dann, kommt ihr ja viel schneller durch, Ja, und so halt, wie gesagt, da mit Yggdrasil 3E und Bifrost 2E, wie wir da wechseln, so, und kriegt jeweils 1.000 und 1.500 DP, und so könnt ihr dann, doch relativ angenehme Art und Weise, sehr viele DP-Farmen, So, was ich gemacht habe, unter anderem halt, um die, irgendwo nur sterben zu kriegen, die kriegt ihr nämlich, hier im Shop natürlich, wie könnte es auch sonst sein, So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, verkaufen, diese kriegt ihr hier drunter, sprich, das ist dann, äh, wo sind's, die hier sind's, die drei, Waging Battle, Anti-Puracy, äh, genau, und dann der Stardust Overdrive, ihr seht hier bereits 100%, das liegt daran, ich musste hier echt, 20.000 DP, wenn man so ein bisschen mehr, äh, verschärmen bis ich den letzten Ergwunden und Stelldruck bekommen habe, das war so übel, hey. Äh, ja, insgesamt gibt es etwa 7 Stück davon im Spiel, ihr habt also fleissig zu suchen, oder zu tun, und was auch noch neu ist, weil ich einen bestimmten Anzahl Karten gekauft habe, Gibt's das hier, 5Ds, Pack of Karten aus 5Ds, das ist nix besonderes, aber das hier, Freunde, DAS IST KRASS! Zuvor das Pack, ich weiss, was da drin steckt, ähm, ich bin euch ganz sicher, ob sowieso das funktioniert, aber, ihr bekommt jedes Mal Karten, die ihr noch gar nicht habt. Tja, ich muss ganz kurz aufpassen, kauft mal 20 Stück davon, das ist von Anfang reichen, äh, ne. Ich habe bereits mal Auskrieg gemacht, zum Testen, und ihr kriegt echt krasse Karten. Tegner Prinzess, müssen alles Karten, die noch gar nicht haben. Mh, können wir jetzt ungefähr stimmen, also was, macht man einen Schnelldurchlauf. Alter, guckt euch das an, einfach, die ihr noch gar nicht habt. Im Gegenteil, Avian, gut, natürlich, die Normalen sind, äh, zum Sammeln cool und so, aber sonst, Saki, Klau in der Dunkelheit. Aus der ersten Folge, Yu-Gi-Oh! Ach, da werden Erinnungen wach. Mh, mh, jetzt habe ich ihnen noch ein gutes, gutes Effekt-Monster. Dunkler Magierid, nicht schlecht. Geil von der Blitz, Hose, Schwarz-Mund-Drache, Level 4, und Macht-Eindringling. Trümmer-Drache, eigentlich auch ein cooles Viech noch. Bis gar nicht einmal beschwommen ist worden, kann so einen Monster mit 500 Angriffspunkten, äh, noch nicht Friedhof in Angriffsposition beschwören. Ähm, bei uns Problem, hm, haben wir das? Naja, wir haben natürlich, äh, wir reden gerade mal 500 oder weniger, wir sind natürlich mal, äh, unser, unser, unser guter Alter, wie heisst denn schon wieder? Wieder schon wieder? Ähm, 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 vielleicht gerade den Namen nicht rein? Äh, hallo, Gedächtnis, wo bist du? 500 Punkte, äh, Marshmallow, dankeschön. Genau, Marshmallow ist natürlich einer, und dann natürlich auch noch wäre es, äh, unser, äh, hi, komm den Namen langsam mal, Geisterschildwache. Könnte da gewesen sein, Geisterwache. Irgendwann sind das zwei Monster, wegen zwei Monstern die Karte. Ja, hm. Ja, und dann könnte ich die Stufe hier haben, hätten sie es in diesem Fall bereits. Also, sprich kann ich nur eine Stufe Sea Monster so rufen. Stufe 8 würde gar nicht gehen, also in dem her. Drümmordrache wäre ein cooles Monster, müsst ihr aber gucken nicht, dass ihr in die Steak integrieren könnt, weil dann wäre er echt, man hallo, der hat 2000, äh, äh, Verdangungspunkte, also könnt ihr natürlich so gucken, gebrauchen. Naja, müssen wir alles natürlich gucken. Hm, noch ein paar Karten aus GX sehe ich gerade. Kristallunggeier sind ja auch noch dabei. Ja, Kristallunggeier, da müssen wir auch noch etwas. Ich weiß nicht genau wie das Zufallsprinzip funktioniert. Nimmt er einfach aus jedem Team Deck ein, zwei Karten oder so? Ich meine, oh. Alter, die Schlange in dieser Zeit können wir auch noch gut erinnern. Alter Schwede. Ja, die ist zurecht gebannt. Das war manchmal echt fies. Ich habe noch einen Drachenkopf, ok. Shimira Take Festungsdrache. Das wäre auch etwas. Ich meine, ich hätte frage ich eigentlich eine Fusionskarte nicht, oder? Ja. Nur für ein bisschen Schleser. Ja. Ja. Ich weiß was, das Teil nehme ich ins Deck. Weil ganz ehrlich, also äh. Cyberdrach habe entweder ich, oder ich, oder ich. Hat einen weiteren Monster-Typ Maschine. Kriegen wir dann noch zusammen. Also äh. Das Teil ist echt fies. Genau, die Anzahl, sprich ich hätte zum Beispiel schon äh. Ender Synchron, oder? Angenommen ich habe Cyberdrach einen Ender Synchron auf dem Feld. Könnt ihr den auch schon rufen? Ich kann da auf 2000 Punkte. Klar ist nicht gerade so viel, aber wenn es ja noch mehr hätte. Ein generischen Maschinendeck. Alter, das ist einfach so übel. Überlastfusion, Zukunftsfusion. Alter, was für krasse Karten. Und ja, wie gesagt, habe ich bereits off-screen. Ein paar Mal gezogen. Ich habe da echt auch coole Karten bekommen. Den wir direkt ins. Schwichersturm. Na endlich mal. Alter, die Karten käme schon gar nicht mehr. Sündenburger und so krass. Ja, das ist gut, wenn uns schon gesetzten angeboten werden. Äh. Ich habe auch schon daran gedacht, die anstelle unserer Finsterniskarte anzusetzen. Das Problem ist aber, die andere kann ich halt. Auch eins setzen, wenn ich äh. Also spätestens nur zwei Token. Hier wären es halt vier. Und es ist halt doch meistens so, dass. Wenn ich die Karte einsetze, habe ich halt. Doch. Irgendwie nach zwei, drei Monaten auf dem Feld. Also äh. Wäre halt ein bisschen doof. Wenn ich die Sündenburg aktivieren würde. Weil wir natürlich vier Plätze frei haben. Und naja. Auf der Grossügigkeit. Auf der anderen Topf wäre mal etwas. Was? Ne? Ja. Ihr seht schon, wir haben noch sehr viel zu tun und so. Aber nein, das war sowohl zum Pack kaufen. Jetzt ganz kurz noch etwas anderes. Wenn in Charakteren. Tja. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr halt mehr Charaktere haben wollt. Gegen die ihr fighten wollt. Müsst ihr einfach nur ihre Rezepte kaufen. Sprich hier von Jack Atlas. Geschwoon. Dann können wir direkt unter Freiduell gegen diese Antritte. Moment. Ich glaube jetzt einfach mal von jedem Charakter eins. Nehmen wir sicher mal alle zusammen. Das. Ah. Leo habe ich bereits. Höh. Ah. Sind wir sicher? Bin jetzt ganz sicher, dass wir den wirklich haben. Luna. Gut. Wer kommt noch? Tetsu. Gut. Den haben wir sicher. Das weiss ich schon. Welli. Dazu. Nerf ihn. Ja. Nerf nicht so. Larry. Tencent. Der alte Typ. Bolteno. Ja man. Der mit der Stachelfrisur. Der Chief persönlich. Cool man. Der MC. Sieh. Naja. Gegen den Meckes und so. Ähm. Hunter Peace. Oh. Ne. Ich zweimal. Rendsburg. Dudu. Laza auch noch. Misty Travel. Ja. Natürlich hat die Finstern aus der Welt können wir hier noch. Kriegen. Transender auch noch. Ja gut. Ist eigentlich nichts. Ich weiss natürlich Transender Dicks die wir irgendwie mal besiegt haben und deswegen jetzt hier kaufen könnten. Ich finde das war ein normaler Gegner. Aber. Das interessiert mich jetzt weniger. Tja und die können dann halt hier drunter. Zeig ich euch ganz kurz wo. Das wäre dann hier unter PDA. Äh. Freies Duell können diese dann herausfordern. Ist das soweit schonmal nice. Sprich einfach hier auf vollständig gehen und dann. Cookie Cookie. Hier genau. Valley Dawson. Oder aber klick drauf und es wird einfach ein anderer Charakter aus. Das sind ja so viele hier. Drei, vier, fünf, sechs. Ja. Alle haben natürlich nicht. Noch nicht. Kommt noch ein paar. Was ist das gerade? Ah so. Zufallsprinzip. Genau. Aber das mache ich jetzt nicht komplett. Nein, nein. Kein Bock drauf. Was ich noch ganz kurz machen will. Ist natürlich mal ins Deck zurückzukehren. Sprich Deckmodus. Und noch einen schweren Stummen zuzufügen. Und. Ja. Da vielleicht nochmal den Ding zu gucken. Wegen Zündenburg. Die Karte ist ja schon nice. Wenn ich schonmal irgendwie ein. Problem ist halt wenn ich da noch zwei. Auf dem Feld habe. Hm. Ist schwierig. Ist schwierig Leute. So. Eine neue Karte ich hinzugefügt habe. Wären dann noch. Äh. Wo sind sie? Genau. Handzerstörung. Weil dann plötzlich auch. Und ich denke mir. Handzerstörung ist vor allem dann gut. Ihr kennt ja. Freundlicher Wolter. Ich muss auch zwei Karten ablegen. Das Problem ist. Bei Handzerstörung weiss ich selber. Welche Karten ich in der Hand habe. Das heisst. Ich muss jetzt erst die Karten ablegen. Und kann dann neue ziehen. Bei Freundlicher Wolter. Ich muss jetzt erst drei Karten ziehen. Wenn ich da bereits drei gute habe. Ich muss jetzt zwei gute abwerfen. Hallo? Was war der Quatsch? Natürlich ein bisschen doof. Und wir haben natürlich auch Kontrolle über den Gegner. Wenn der natürlich ein gutes Monster. Und eine gute Karte auf der Hand hat. Zack. Hat er sie schon nicht mehr. In der Regel so. Ein Duellant hat er drei Karten in der Regel. Durch und so auf der Hand hat. Sprich. Die Panzerstörung wirkt ziemlich gut. Äh. Schrumpfen. Neue Karten. Yeah. Endlich mal. Dann muss da das Überflügel weichen. Und dann haben wir Topf der Gear noch. Anstelle von Freundlicher Wolter. Äh. Was kam da für noch raus? Weiss er gar nicht mehr. Du. Du. Meint die Karte da. Was war denn da noch? Freundlicher Wolter kam raus. Für die hier. Genau. Spalt aufschlagen habe ich. Äh. Verstehst du gar nicht mehr. Ja. Weiss er auch nicht mehr. Wir müssen jetzt ein paar nochmal nachschauen. Gut. Dann werden wir hier nochmal ein Fusionsmonster rauswerfen. Äh. Ich würde fassen. Muss mal den kolossalen Kämpfer weichen. Ganz ehrlich. Ist zwar stark und so. Keine Frage. Sein Effekt ist ziemlich cool. Irgendwie. Magst du Android. Weiss Stufe 5. Vielleicht gerne 2 haben. Nur so für ein. Fall der Fälle. Wir haben viele. Stufe 7. Stufe 8. Ah den hier. Ritter Pausch. Wobei auch der wäre mal cool. Wenn man einfach spielt. Kann man die Position von einem Monster ändern. Also der Gegner kontrolliert. Das musst du fast haben. Wir haben nicht mehr so viele Krieger im Deck. Okay kommt der raus. Was? Dann ist hier drin noch alles. So ist es dumm. Okay. Mal gucken. Fallen kann er mässig. Kann halt Synchroblenkel raus. Und dafür falle gleich das Urteil rein. Die Karte ist so der Hammer. So. Äh. Hat es mir soweit mal geklärt. Äh. Nichts. Nicht so machen. Sondern natürlich. Nichts hiltern. Sondern sortieren. Dankeschön. So. Wir wurden natürlich ziemlich viele Karten gewesen. Das ist klar. Limitiert. Das haben wir jetzt da. Schönes neues. Gedankenkontrolle. Ist also eine krasse Karte. Hier vor allem jetzt wenn das Synchromons dazu doch cool ist. Aber ganz ehrlich. Das kann ich da angreifen. Da hat nicht das Tribute angeboten werden. Äh. Natürlich das hier müssen besser Gehirnkontrolle. Ähm. Klar. Es gibt theoretisch beides. Übrigens. Exodia haben wir jetzt auch komplett entdeckt. Ja. Alle fünf Teile der Exodia. Ich würde jetzt auch noch Exodia-Deck noch irgendwie basteln. Ähm. Was haben wir jetzt noch alles? Da ist auch so krass rückkehrt aus anderen Dimensionen. Wir haben halt zu wenig Effekte dafür. Und dem her lassen wir das mal noch. Alter. Ich meine. So viele geile Karten. Können dich erlassen. Das ist die Attacke. Äh. Die kann natürlich auch nicht schlecht. Okay. Schwerer Sturm ist natürlich viel besser als Riesentronade. Wobei. Riesentronade. Das ist natürlich die Frage. Soll ich die auf dem Feld lassen. Weil es natürlich manchmal auch noch cool. Aber irgendwas davon muss weg. Ich kann nicht immer alle Karten haben. Küllerpuppe ist auch ziemlich cool. Daher auch gerne behalten. Und. Ja. Was kommt da raus? Ah. Jetzt ist es gerade. Magische Standausgrabung. Die hier kam raus. Genau. Sehe ich jetzt gerade. Aber ganz ehrlich. 15 Zauber. Ein bisschen zu viel. Die hier raus nehmen. Ich meine. Ausrüstungskarte. Jetzt haben jetzt noch viel Speed drin und so. Und noch eine Zerstörung. Ja. Die Karte kann eigentlich schon was. Wenn wir mal irgendwas brauchen. Vorübergehend. Äh. Versteht ihr mein Dilemma, Freunde? Versteht ihr mein Dilemma? Okay, kommt raus. Also, jetzt haben wir die hier noch, was? Keine andere Mannesbeschwörung, genau so, sprich gleich wie Sündenbock. Da kommen zwei, genau zwei Spielmarken, ausser für Finsenismonster. Bringt ja nicht viel, weil wir kaum Finsenismonster als Tribut, sprich, wäre Sündenbock eigentlich cooler, was? Ja, ich liege echt gerade, wissen das. Angenommen, ich hätte jetzt da irgendwie, nehme ich einmal Sternschabdrache verfehlt, oder? Natürlich ist es mein Ziel, Turbosynchron zu beschwören. Äh, Turbosynchron Quatsch, Formelsynchron natürlich. Ich kann natürlich den aktivieren, aber hätte natürlich einmal zu viel. Sprich, ich könnte Änderungsynchron nicht rufen, deswegen denke ich mal Sündenbock eher eine schlechtere Wahl. Und wir lassen es mal nach. So, was ich jetzt noch machen will, ganz kurz. Sortieren, äh, dann stufenmässig, nämlich will ich euch noch die Ägmon-Unsterblichen zeigen. Hier sind sie auch schon, alle sieben Stück. Äh, hier sind Piscu, Chapagapu, Charuyua, oder wie man das heisst, Chacu-Chalua, oder wie man das alles ausspricht, Kusillu, Uru und natürlich Viraco, Rasca. Äh, fehlt einer? Äh, genau, nein, sind alle da. Sollte man weiss, gibt es hier scheinbar ja sechs äh, finstere Auserwählte, sprich, für die Karten alle gibt es jeweils einen Vertreter hier, plus den, aber hier gibt es keinen. Später zumindest mal, aber hier gibt es nicht mehr, also äh, naja. Hexafusion, dann synchern wir das nicht mit Hexer. Alter Schwede, ey. Synchro und Hexer vereint. Da fällt mir gerade was auf, wo waren das gerade? Ach, das war doch irgendwo. Ein Pusionsmonster. Oh, Stufe C, ne, ist ein bisschen so hoch. Äh, Stufe, ja toll, was waren das jetzt? Ich muss fast alle Stufen nehmen, wa? Ja. Ah, hier heisst er ja, der Chimira-Tag, Festungsdrack, der kann schon immer gut gebraucht werden. So, wenn wir sagen, das war's für's Erste. Das Tag müsste ziemlich rocken jetzt, ist auch ziemlich, ja, schnell. Ich weiss, es hat immer noch für ein paar Karten noch bessere Alternativen. Hier Nebeltal-Soda können bessere Alternativen sein. Äh, auch hier mit Geisterwachen und so. Es ist nicht, noch nicht perfekt, aber ganz ehrlich, kein perfektes Deck gibt es sowieso nicht. Es ist momentan ziemlich gut. Und jetzt geht's zum Fight gegen die Finsten-Ausserwelten. Das heisst genau, wir müssen ganz kurz gucken, ob die Liste schon da war. Wir haben irgendwann eine Liste gefunden. Wir fangen natürlich von vorne an, also sprich von vorne nach hinten. Äh, von hinten nach vorne. Wie auch immer. Äh, mir geht's darum, wirklich alle, die noch zu fighten. Und zwar, der Erste war, glaube ich, im Eingang. Ja, sieht so aus. Genau, Eingang. Hier müsste bereits Carly sein. Die hier als Finster-Ausserwelten vertreten ist. Oh Gott, geht das auch ein bisschen schneller? Nein, das geht jetzt schneller, verdammt! Okay, vor allem muss ich den Laden durchhalten. Walalalala. Ich hoffe mal, wir können direkt gegen die Finster-Ausserwelten antreten. Wenn nicht, dann muss ich die Zwischen-Fights dorthin ein bisschen schneiden. Also schneiden? Nein, ihr seht schon, kann ich sagen. Am massenem Eilzug-Tempo. Sprich, nehmen sie es dann nochmal auf. Wer den Bearbeiter vom Video macht dann ein bisschen schneller und so. Doppelgeschwindigkeit oder so etwas. Dann haben wir eh noch genug Zeit. Eigentlich nicht mehr viel, ne. Wir haben bereits wenig Zeit. Wo ist denn die jetzt? Ah, die ist da unten. Scheimkleister! Oh Leute, ich muss gegen die alle durchfighten. Ja, gut, der Part ist sowieso vorbei. Scheimkleister. Soll ich es so machen, dass ihr alle keinen Zusammenschneider finden auszuwählen und euch einfach die zeigen? Weil sonst bis ich hier durch bin, das dauert ja Ewigkeiten. Die Duelle gegen die kennt ihr ja auch schon, Freunde. Ja gut, wieso was? Das gibt dann alles insgesamt noch 6 Duelle, würde ich mal sagen. Sind ja 6 Auserwählte. Findest du natürlich. Entschuldigung. Ganz kurz nochmal gucken. Da wäre einer. 2, 3. Gegen Mist können wir nochmal antreten. Vielleicht. Äh. Wollen wir mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Vielleicht jetzt? 1, 2. Ähm. Doch, das stimmt. Das ist 3. 4. 5, 6. Ja. Wir haben insgesamt 6 Stück. Einen kennen wir bereits an der Finister Auserwählte. Sprich Misty. Da hat mir leider nichts zu vergnügen, ihren Ehrgund und Sterblichen zu sehen. Und mein Ziel ist ja eigentlich, die noch zu zeigen. Weil. Einen anderen Grund nach. Ähm. Ihr seht es gleich. Es ist nämlich so, dass man hier so, dass man hier so sieht. Sogar. Das wusste ich ja noch nicht. Ihr könnt. Unglaublich wahr. Könnt ihr alle Animationen nochmal anzeigen lassen. Ihr bereits kennt. Ja. Ist gut. Ihr kennt doch bereits alles. Muss halt nochmal gegen alle antreten. Ich finde das auch ein bisschen doof. Und zwar hier unter PDA könnt ihr unter Optionen. Unter. Äh. Quatsch. Optionen. Nein. Nicht Optionen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ein Fehler. Natürlich nicht Optionen. Sondern Datenbank war's. Hier. Könnt ihr in die Kino reingehen. Und dann könnt ihr alle Sekunden nochmal angucken. Natürlich sind noch viele nicht freigeschalten. Die machen auch nicht mehr alle. Hm. Die hier. Grümpelkrieg. Genau. Roter Ernst und der Welt. Jetzt kommt der majestätische Erz. Äh. Roter Drach natürlich noch. Hier wäre glaube ich irgendwie sonst ein Grümpelmonster glaube ich noch. War irgendwo noch eins. Das sind ja auch noch ein bisschen. Schwarzflügelmonster. Zum Schluss kommt die Ergermund und Sterbücher noch. Da gibt es auch pro Monster noch zwei. Hm. Sprich. Da zwei. Da zwei. Also gibt es wirklich pro oder pro Dueland. Mach mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Könnte theoretisch pro Ergermund und Sterbücher sein. Und das würde natürlich bedeuten bei sieben Stück wären es 14 Bilder. Sprich 14 Animationen. Es sind nur. Es sind nur zwölf bei sechs. Ich weiss gar nicht mehr Leute. Ich weiss nicht mehr. Es spielt auch keine Rolle. Ähm. Wie gesagt. Wir dort an dieser Stelle ein paar Ben. Erst ein paar geht es dann hier weiter. Im Kampf gegen die finsteren Auserwählten. Alle sechs Stück machen wir nochmal. Und hoffen natürlich darauf, dass sie ihre Ergermund und Sterbücher rufen. Und wir nach ihnen eine Chance haben diese zu kontern. Weil. Die können uns leider dummerweise direkt angreifen. Und das ist dann schon äh ziemlich doof. Also dann. Bis zum nächsten Mal und. Tschau Zöme. facebook 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 facebook